Ja, ganz herzlich willkommen an Sie hier im Leitzpark in wunderschönen Akademieräumen. Draußen haben wir die Ausstellung von der Auktion morgen, ein Teil der Ausstellung, wunderschöne Bilder. Ganz herzlich auch an alle, die online diesen Talk beiwohnen und vielen Dank fürs Kommen. Es ist ja nicht leicht dieser Tag. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich kam gerade aus Porto von Meetings zurück und habe gedacht, ach, wäre jetzt eigentlich schon schön, wenn man jetzt mal nach Hause könnte, weiter nach Salzburg. Aber wir lieben alle Leica und deswegen sind wir hier. Also danke Ihnen fürs Kommen, danke fürs Dabeisein. Es geht um den Talk, das Positive an Negativen. Also nicht das Positive am Negativen, sondern das Positive an Negativen. Und es geht um Themen wie Reproduzierbarkeit, Editionen, was macht Vintage Prints aus, wie ist der Preismarkt. Und ich freue mich sehr, darüber mit wirklich zwei Experten nachher in ein interessantes Gespräch zu treten. Ja, das war ein ganz kurzer erster Einblick in das, was alles Wunderbares hier geboten wird. Und vielleicht, damit Sie auch ein bisschen wissen, wer hier so steht, eine ganz, ganz kurze Einführung von uns dreien. Ich bin seit 2008, habe ich angefangen mit vier Leica-Galerien. Inzwischen, am Ende des Jahres, haben wir 32 Leica-Galerien um die Welt. Ich bin auch verantwortlich für das Printmuseum hier unten mit den Ausstellungen und für vieles andere mehr. Und muss sagen, ich liebe wirklich das, was ich tue, weil es auf der einen Seite mit einer unglaublich wunderbaren Ausdrucksform, nämlich der Fotografie, zu tun hat. Und auf der anderen Seite habe ich auch die Freude und das Glück, ganz viele spannende Menschen kennenzulernen durch meinen Beruf. Caroline, vielleicht machst du weiter. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Caroline Guschelbauer. Ich bin für das Auktionshaus Leitz Photographica Auction tätig. Ich arbeite im Bereich Auktionsmanagement und Fotografierecherche. Ich bin seit mehr als zehn Jahren am Hauptsitz in Wien tätig. Und auch für mich, die Fotografie hat mich auch gefesselt. Sie spricht für sich. Und die Möglichkeit, einen Moment einzufangen und zu einem Objekt werden zu lassen, ist das, was mich bis heute auch fesselt an der Fotografie. Danke. Johannes. Ja, mein Name ist Johannes Faber. Ich bin Kunsthändler mit Fotografie seit über 40 Jahren und externer Experte für die Leitz-Fotografie-Auktionen. Das war richtig kurz. Wahnsinn. Super. Ja, also 170 Jahre Fotografie. Was hat sich in dieser Zeit alles verändert? Heute, kann man sagen, fotografiert fast jeder. Oder man hat die Möglichkeit, mit seinem Smartphone zu fotografieren. Du bist seit 40 Jahren, warst einer der Ersten überhaupt in Österreich und vielleicht auch außerhalb von Österreich, die in den Fotokunstmarkt eingestiegen sind. Bist auch Fotograf. Und was hat sich für dich in dieser langen Zeit geändert? Wie war das früher? Wie ist das heute mit der Fotografie? Na, vielleicht ganz kurz zu meiner Karriere. Ich war Fotograf, so ungefähr ab Mitte der 70er Jahre. Zuerst Amateurfotograf, dann ab Ende der 70er Jahre künstlerischer Fotograf. Und habe relativ blaueig, 1983, die Fotogalerie gegründet. Aber nicht mich selbst ausgestellt, sondern zeitgenössische Fotografie. Also zeitgenössische Fotografen, Fotografinnen aus Österreich, teilweise auch aus Deutschland. Und habe aber seit den 70er Jahren immer Fotografie gesammelt. Das heißt, ich hatte auf Flohmärkten, bei kleinen Antiquariaten, die es auch in Wien gibt oder in Österreich, immer Fotografie gesammelt. Natürlich zu den Preisen, die ich mir damals leisten konnte. Und jetzt zu dem Kunstmarkt. Das beginnt so ungefähr 1970, wo in Wien die Fotogalerie Die Brücke entstanden ist. Auch in Deutschland, in Köln, die Wildes eine Galerie gegründet haben. Und die hatten begonnen, auch schon bei Kunstmessen auszustellen. Also damals gab es noch nicht so viele Kunstmessen. Es gab die Art Cologne, die ist glaube ich ungefähr 1973 gegründet worden. Und die Art Basel in der Schweiz. Also die haben begonnen, wirklich innerhalb des Kunstmarktes mit Fotografie zu handeln. Wobei man vielleicht dazu sagen muss, da es einen Kunstmarkt erst seit 1970 für Fotografie gibt, war es in den 60er, 50er oder 1930er Jahren nicht notwendig, hunderte Prints zu machen. Das erklärt sich eigentlich aus dem System. Das Problem der Editionen kommt überhaupt später. Oder berühmte Fotografen teilweise schon im hohen Alter oder vielleicht auch schon verstorben, posthume Editionen. Das ist eigentlich ein Phänomen der 1990er oder der Nullerjahre oder noch später. Es ist ja so, dass ich ja auch mit vielen Reportage- und Dokumentarfotografen zu tun habe. Und die waren früher in ihrer Zeit, als sie fotografisch gearbeitet haben, überhaupt nie auf dem Kunstmarkt, sondern sie haben eben für Magazine, für Stern, Live, Time Magazine und vielen anderen gearbeitet. Und jetzt sind sie aber so weit, und da sind auch einige, die wir hier jetzt bei uns haben, dass sie quasi in den Kunstmarkt aufgenommen werden. Eine ganz konkrete Frage an dich, Johannes. Wie hat sich, sage ich mal, innerhalb der 20 Jahre jetzt das Preissegment innerhalb der Fotografie verändert? Und vielleicht kannst du da auch ein Beispiel geben von einem Bild. Was war das vor 20 Jahren wert? Was ist es heute wert? Weil in den Kunstmarkt, in der Fotografie einzusteigen, ist ein absolutes Investment. Ja, auf jeden Fall natürlich. Wobei jetzt der Begriff der Vintage-Fotografie, den ich gerne habe, wo auch der Großteil der Bilder in morgigen Leitz-Fotografie-Auktion dabei sind, jetzt die Abzüge gemeint sind, die zur Entstehung des Negativs entstanden sind. Vielleicht glauben manche, dass es kaum zu unterscheiden ist, aber es ist ein ganz dramatischer Unterschied zwischen einem Abzug aus den 20er Jahren, vielleicht noch einem aus den 1950er Jahren oder einem Posthummen von gestern, vorgestern oder drei Monate. Auch in der Preisentwicklung spielt es eine große Rolle. Ich nehme immer das Beispiel von Man Ray, einer der wichtigsten Fotografen und auch Künstler in Europa der Zwischenkriegszeit. Von dem können Originale aus den 20er Jahren drei, vier bis fünf Millionen Dollar wert sein. Wenn er erst 1938 emigriert von Paris nach Hollywood, wenn er in den 30er Jahren noch einen Abzug gemacht hat, dann kostet er vielleicht zwei, drei hunderttausend Euro. Er ist 1976 gestorben. Damals hat er einen Assistenten gehabt, der die Prinz gemacht hat in den 70er Jahren. Dann kosten die Prinz nach signiert aus den 70er Jahren vielleicht 30.000, 40.000 Euro. Und ein Posthummenabzug von der Griffelkunst ist vielleicht 500 Euro wert. Für den Laien schauen diese fünf Bilder völlig gleich aus. Sie sind es aber nicht. Es ist auch eine Hermes-Tasche aus dem römischen Flohmarkt aus Plastik. Keine originale Hermes-Calibeck. Also vergleichbar jetzt mit anderen Kulturgütern oder auf einem VW Käfer-Karosse aus den 60er Jahren einen Ferrari-GTO drauf zu montieren aus Plastik, ist dann auch kein Ferrari-GTO. Der Unterschied ist relativ dramatisch. Und das kann man eigentlich, ich sage immer, in zehn oder maximal 15 Minuten lernen, indem man die Bilder sieht. als in einer Galerie, bei einer Auktion oder eben anderen Leuten, vertrauenswürdigen Personen, sage ich jetzt einmal. Fotografie wird natürlich auch gefälscht und darum ist dieses Problem auch... Ich glaube, das ist ein Riesenthema, weil wie du selber sagst, das kann ein normaler nicht unterscheiden, das muss ein Spezialist machen. Ja, so speziell ist es gar nichts. Man kann es relativ schnell lernen, nicht? Gerade eine Vintage-Fotografie aus der Zwischenkriegszeit, aus der Nachkriegszeit hat Spuren. So wie du schon gesagt hast, Fotografie wurde immer für Publikationen gemacht. Wir hatten in der Zwischenkriegszeit an die 20.000 Zeitschriften, nur in Europa. Es hat kein Internet gegeben, kein Fernsehen. Der Film war nur zur Unterhaltung da. Das heißt, das Bildmedium unserer Eltern und Großeltern war die Fotografie, waren die Tausenden von Zeitschriften und Magazinen. Darum auch diese hohe Qualität an Fotografie, natürlich vorwiegend mit Leica oder vielleicht auch noch mit Rollerflex fotografiert. Also dieses Aufkommen an Magazinen hat eine ziemliche Bilderflut hervorgebracht, wobei auch die Qualität dann gestiegen ist. Jetzt haben wir ja auch noch die Frage der Editionen. Also wir wissen ja, je niederer die Edition eines Bildes ist, desto höher ist normalerweise der Preis. Jetzt gibt es natürlich auch so Institutionen wie Lumas oder Yellow Corner, die in einer Edition von 150, 200 ein Bild verkaufen. Was aber eher dem entspricht, was in meiner Zeit früher Plakate waren, was aber nicht diese Wertigkeit hat. Und wenn also Fotografen zu mir oder auch zu Leica-Galerien gehen, sage ich immer ja, also 10 ist eigentlich das Höchste, was ich jetzt bei lebenden Fotografen annehme. Besser ist es, wenn ihr noch weiter runtergeht. Dann gibt es aber auch Johannes Fotografen wie Thomas Höpker oder auch Elliot Erwitt, mit dem ich gerade in Kontakt bin, der sagt, nee, ich habe gar keine Edition, mache ich nicht. Umso wichtiger ist vielleicht dann die Unterscheidung zwischen einem Abzug, der letztes Monat gemacht wurde oder in den 1980er Jahren oder vielleicht sogar der Vintage, wie bei Elliot Erwitt in den 50er Jahren. Man kann das sehr gut nachvollziehen, auch wenn man die Auktionen, speziell in New York, in Paris oder in London, alle großen Auktionshäuser, Sadi Biskois, das waren Philips, wie immer jetzt, machen das seit ungefähr Anfang der 70er Jahre mit Spezialisten, mit Spezialistinnen, machen Auktionen für fotografische Arbeiten, also Fotografien. Und die Sache der Editionen ist insofern interessant, zu mir kommen natürlich auch viele junge Fotografinnen, Fotografen und ich sage Ihnen dann immer, warum wollt ihr Editionen machen? Wenn was nicht verkauft ist, ist eines zu viel. Freut es euch doch, wenn ihr das Bild verkauft, habt ihr gehört, könnt ihr weiterarbeiten, könnt ihr das nächste machen. Also diese Vision, speziell von jungen Fotografinnen, Fotografen, eigentlich sind sie eh schon weltberühmt, weil sie in drei Café ausgestört haben, und jetzt machen wir hunderter Editionen, ist, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich nicht wirklich sinnvoll. Aber hingegen andere, also ich zeige jetzt ein Beispiel aus dem Kunstmarkt, vom Friedensreich 100 Wasser, den vielleicht alle kennen werden, gibt es 10.000 Auflagen. Warum? Der hat einen Weltmarkt. Das kann man in Tokio, in Japan genauso verkaufen, wie in Kanada, in Australien, wahrscheinlich auch in Südafrika, wenn es dort Sammler gibt. Und ähnlich ist es mit bekannten oder berühmten Fotografen. Gerade welche, die aus der Angewandten, aus der Werbung kommen, wie Helmut Newton, Irving Penn, Richard Avedon, auch Robert Maplesop, da gibt es 150er Auflagen, die trotzdem 100.000, 200.000 Pfund kosten, einzelne Stücke. Also es hat immer mit dem Markt auch zu tun. Wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich möchte gerne anfangen, Fotografie zu sammeln. Und dann würde ich zu dir kommen und sagen, lieber Johannes, was könntest du mir für Tipps geben, was muss ich wissen, damit ich eine Sammlung aufbauen kann, die auch einen gewissen Wert hat und die vielleicht sogar auch und hoffentlich auch eine gewisse Wertsteigerung durch die Jahre erfährt. Die Wertsteigerung ist insofern interessant, als gerade sogenannte Vintage-Sprints oder wie immer relativ in kleinen Stückzäuen hergestellte Fotografien zwangsläufig steigen, weil es ja nicht mehr werden, sondern weil der Sammlermarkt oder das Interesse größer wird. Museen fangen an, auch in Europa verstärkt Fotografien zu sammeln, Privatsammler, viele, die Kunst gesammelt haben, vielleicht am zu Beginn große 2, 3 Meter Gurskis gekauft haben, kommen dann irgendwann drauf, speziell bei den Kunstmessen oder auch bei den speziellen Fotografiemessen wie die New Yorker Photography Show oder die Pariser, die Paris Photo, das ist auch so, oder anders gesagt, klassische moderne Fotografie ist meistens ungefähr A4 groß, also es beginnt bei 18,24, auch mit 10 Inch, 24, 30, weil sie für Publikationen oder fürs Publizieren hergestellt wurden. Und das ist auch für mich ein relativ großer Unterschied. Klassische Moderne ist klein und schwarz-weiß, Zeitgenossen ist groß und bunt. Das kann man jetzt nicht so generalisieren, aber nur als einfache Regel. Aber jetzt habe ich die Frage vergessen. Ich habe gefragt, wenn ich jetzt anfangen will zu sammeln, was kannst du mir dafür heiße Tipps geben? Also ich sage den Leuten immer, sie sollen das kaufen, was ihnen gefällt. Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Ich habe auch immer versucht, den Leuten nichts einzureden, also jetzt Kunden, Kundinnen, sondern für mich war immer die ideale Vorstellung, wenn man nächsten Tag in der Früh aufwacht, aufwacht, das Bild sieht zu Hause, müsste man sagen, Gott sei Dank habe ich das erworben. ganz egal, ob das 500 Euro kostet oder 50.000. Und das ist natürlich auch eine langfristige Sache, die Bindung zwischen Klienten, also Sammlern, Sammlerinnen und der Galerie. Der Kunsthandel hat immer mit Vertrauensbasis zu tun, egal ob jetzt 50 Millionen an Klimt oder eine Fotografie um ein paar tausend Euro. Und wir Kunsthändler, ich sage das durchaus auch für Malerei oder für den gesamten Kunsthandel, wir sind alle Selbstsammler. Das ist ein gewisser Vorteil oder ein Nachteil. Der Vorteil bei zeitgenössischer Fotografie ist, man ruft die Künstlerin, die Fotografin an und sagt, ich habe gerade ein Blatt verkauft, ich brauche wieder eines, wenn man bei den Editionen sind. Muss jetzt nicht unbedingt ein Nachteil sein. Außerdem garantiert ja der Kunsthändler die Edition, auch ihr wahrscheinlich von Leica, wenn man sagt, man macht 50 Auflagen, dann gibt es auch nur 50 und nicht 5.000. Aber das ist natürlich auch ganz entscheidend. Es gibt ja auch Fotografen, die sagen, okay, ich habe drei verschiedene Größen von einem Motiv und ich sage, okay, für die Größe 5, für die nächste 10, für die nächste Größe 12. Ganz schwierige Sache. Das kann man machen, wenn man Gursky heißt, Struth, Murakami, Jeff Kunz, aber nicht relativ Die haben wir alle übrigens nicht in der Auktion, nur zur Info. Liebe Caroline, es gibt ja heute viele Auktionshäuser und es gibt auch viele Auktionshäuser, die Fotografie verauktionieren. Was ist das Besondere am Auktionshaus Leitz? Ja, vielleicht erst mal die Historie. Also Leitz Fotografie Co-Auction wurde 2002 gegründet und ist seit 2018 das offizielle Auktionshaus der Leica Kamera AG. Wir auktionieren zweimal im Jahr, einmal morgen eben hier in Wetzlar und an unserem Hauptsitz in Wien im November. Die Spezialisierung liegt auch bei historischen Kameras. In dieser Sparte erhält das Auktionshaus neun und zehn Weltrekorden. Also das ist sehr beachtlich. Unter anderem letztes Jahr unsere treueste Kamera der Welt, die hier für 14,4 Millionen letztes Jahr versteigert wurde. Den Moment würde ich nie vergessen. Ich habe gedacht, das gibt es einfach nicht. Ja, und die andere Sparte ist die Fotografie. Für die bin ich auch tätig. Johannes als externer Experte und Anna Zimm, die hier heute auch als Fotografie-Expertin den Live-Chat betreut. Also an dieser Stelle bitte gerne an das Publikum online Fragen stellen im Chat. Die werden hier beantwortet. Ja, und vielleicht noch dazu, was wir machen. Also inhaltlich, der Fokus liegt ab der Fotografie der 1920er Jahre. Wir arbeiten mit Fotografien des neuen Sehens, Reportage, Street-Photography, aber auch zeitgenössische, am Markt etablierte Positionen. Und ich würde sagen, das Besondere ist auch, dass wir versuchen, ein sehr breites Spektrum abzubilden und auch Käuferwelten zusammenzubringen. Zum einen seltene Fotografien für Sammler, aber auch preislich attraktive Fotografien anbieten für neue Käufer und Käuferinnen. Und ich würde sagen, in unserer Auswahl ist es einfach möglich, eine Fotografie mit Qualität und mit einer gewissen visuellen Kraft zu ersteigern. Also falls wir diesen wunderbaren Katalog noch nicht in der Hand gehabt haben sollte, also da sieht man wirklich die unglaubliche Vielfalt und das unglaubliche Angebot von den tollen Bildern. Es ist ja nur ein Teil hier ausgestellt. Liegen auch, glaube ich, draußen. Liegen auch noch draußen. Also Sie haben noch Zeit bis morgen um 18 Uhr den in Ruhe zu studieren. Caroline, ja, so eine Auktion, wie läuft das ab? Wir wissen, es gibt Leute, die in Präsenz mitauktionieren. Es gibt immer sehr, sehr viel online. Was muss ich da tun? Auf was muss ich achten, wenn ich da sitze und denke, ah, das wäre es jetzt, das möchte ich gerne haben. Ah ja. Ja, vielleicht sollte man vorüberlegen, möchte man live mit dabei sein? Also wenn man die Möglichkeit hat, live bei einer Auktion mit dabei zu sein, ist nämlich immer auch etwas Spannendes und Besonderes. Gibt es drei Möglichkeiten, zum einen online über unsere Seite lights-auction.com über die Plattform Live Auctioneers. Aber man kann auch ganz klassisch als Telefonbieter mit dabei sein. Das heißt, über dem Hörer, also so wie man das auch kennt aus den Bildern, live sozusagen über den Hörer mitbieten. Ja, und last but not least natürlich im Saal hier, um das Auktionsgeschehen hier zu erleben. Man muss sich einfach vor dem Auktionssaal registrieren, bekommt eine Bieterkarte und kann dabei sein. Dann geht's los. Genau. Und falls es eben nicht möglich ist, live dabei zu sein, gibt es die Möglichkeit, vorab Gebote schriftlich abzugeben, online, wie gesagt, über unsere Website oder per E-Mail direkt an uns. Johannes, die technische Reproduzierbarkeit von vielen Bildern ist ja für manche Sammler auch, dass sie eigentlich ein bisschen ängstig davorstehen und denken, boah, also ich weiß nicht, ob ich wirklich da jetzt einsteigen soll. Wie kann man Sammlern oder auch beginnenden Sammlern die Angst davor nehmen? Naja, ich habe es teilweise ja schon angesprochen, indem sich die Dinge selbst limitieren, gerade wenn es Originalabzüge sind aus der Zwischenkriegszeit, ich gehe jetzt einmal von den 1920er bis in die 1970er Jahre, da gehen wir jetzt von, da gehen wir Bauchleiter von nicht mehr als eine Handvoll aus, also fünf Abzüge, einen hat er für sich gemacht, einen für ein Magazin, einen der Branding geschenkt, einen mit einem Kollegen oder mit einer Kollegin getauscht, es sind auch nicht immer alle, alle haben überlebt, es hat auch vielleicht damit zu tun, mit einer Fotogeschichtsschreibung, in Amerika gibt es Fotohistoriker, Fotohistorikerinnen seit, ungefähr seit der Jahrhundertwende, das heißt, die recherchieren ganz genau, wie viele Stück gibt es von dem, von ganz berühmten Bildern gibt es meinetwegen vier, eines ist in MoMA in New York, eines im San Francisco Art Museum, eines in einer Privatsammlung und das Einzige noch am Markt befindliche kommt jetzt zur Auktion auf den Markt und es gibt natürlich dann viele Menschen, die das M&T haben wollen, die es sich leisten können. Welche Faktoren bestimmen den Preis einer Fotografie für eine Auktion? Es ist im Prinzip das Gleiche wie am Kunstmarkt, wie am Oldtimer-Markt, wie mit alten Uhren, wie mit allen Dingen. Die Seltenheit, die Wichtigkeit des Herstellers, in dem Fall des Fotografen oder der Fotografin, auch die Bekanntheit des Bildes, es hat, werden vielleicht viele schon wissen oder kennen, es gibt von jedem Fotografen, von jeder Fotografin der letzten 150 Jahre wahrscheinlich fünf bis maximal zehn Bilder, die jeder kennt und eventuell auch gerne haben will. Auf der anderen Seite haben diese Künstler, Künstlerinnen auch Qualitäten, die vielleicht in anderen Bildern auch sind, die jetzt nicht so berühmt ist. Wenn man vom Salgado dieses berühmte Bild, wo die alle so einen Hang raufrutschen, runterrutschen, wie immer haben will, ich glaube, das gibt es unter 20.000 Euro nicht mehr und vor 15, wann ist das hergestellt worden, ich glaube, in den 90er Jahren hat das fotografiert, hat das ein paar hundert Euro gekostet oder Mark oder Dollar. Und das hat, naja, es ist immer die Frage auch des Einsteigens, wann man Dinge kauft. Darum sage ich in erster Linie, das zu kaufen, das einem wirklich gefällt, spekulieren mit Fotografie ist relativ schwierig, da bräuchte man zumindest das Wissen von uns dreien zusammen, das gibt es wahrscheinlich nicht und in der Regel ist die Wertsteigerung ein positiver Nebenaspekt. Ich habe Sammler, leider keine Frauen Sammler, ich hatte meine erste Insel Edems Ausstellung glaube ich 85 oder 86 damals haben die Bilder 50.000 Schillinge gekostet, das heißt das sind 3.500 Euro oder so, die werden heute zwischen 70.000 und 120.000 Euro wert, sie verkaufen es aber trotzdem nicht, weil sie es gar nicht notwendig haben. Also Dinge kommen ja auf den Markt bei den klassischen Sachen, bei Scheidung, bei Tod, bei sonstigen finanziellen Krisen und ich sage immer es ist ein positiver Nebenaspekt die Wertsteigerung und das Spekulieren mit Fotografie funktioniert wenn dann nur im zeitgenössischen Bereich und dann auch nur bei einer Handvoll Namen die ich halt eh schon erwähnt habe. Also ich finde auch den Ansatz dass man sagt ich ersteigere oder kaufe mir ein Bild wo ich wirklich auch eine Beziehung zu habe insbesondere wenn ich es mir auch aufhänge und es nicht in einer Schublade landet ist es das Entscheidende absolut und trotzdem Johannes gibt es Faktoren auf die ich achten sollte wie du gerade sagtest bestimmte Faktoren tun einen Preis bestimmen bei einer Aktion gibt es da Faktoren wo man eventuell mehr ein Auge drauf richten sollte als auf andere In der Regel kann man jetzt Kunsthändlern oder Auktionen vertrauen ich sage es jetzt so weil irgendwem muss man vertrauen wenn man beginnt zum Sammeln außer man hat so unbegrenzt Geld zur Verfügung dass man halt die Sachen kauft und dann irgendwann wegschmeißt aber um das geht es jetzt nicht wir reden ja jetzt von ernsthaften Sammlern und da würde ich mich auch selbst bilden viele Sachen anschauen Ausstellungen anschauen in Museen gehen mit Fotografie auch hier sieht man immer ganz tolle Ausstellungen wobei natürlich die Dinge die bei den Aktionen auftauchen eher nicht in der Größe sind wie es ihr jetzt macht das sind ja meistens Neuabzüge da geht es wirklich nur um die Bildung der visuellen Qualität von Fotografie ja ich meine wir haben zwei Sachen hier das eine ist Frank Horvath das ist wirklich klassisch klein und das andere also falls sie es auch noch nicht gesehen haben sollten unten im Ernst-Leitz-Museum haben wir momentan eine knallbunte und wie du sagst wirklich großformatige Rankin-Ausstellung das sind zwei Kontraste aber beide beschäftigen sich mit dem Thema letztendlich Mode ist aber auch eine unterschiedliche Zeit das ist fast das was ich vorher gemeint habe klassische moderne ist klein und schwarz-weiß zeitgenössische groß und bunt ja die von der von der Preisgestaltung her naja wie gesagt man kann es war sicher leichter noch pardon in den 70er Jahren wie ich begonnen habe auf Flohmärkten Fotografie zu kaufen mit dem Wissen das man hat aber es geht wirklich darum die Dinge zu lernen und jeder gute jede gute Galeristin oder Kunsthändler wird ihnen das gerne zeigen was ist der Unterschied zwischen einem Abzug aus den 20er Jahren oder einer der gestern aus dem Computer rausgezogen ist man kann das wirklich relativ schnell und einfach lernen die Fotografien wir haben es schon ein paar Mal erwähnt heute durch das Publizieren haben auch immer Spuren an der Rückseite sie sind meistens nicht signiert warum sollte da das Bild signieren sie haben den Künstlerstempel sie haben gewisse andere Notations an der Rückseite durchs Publizieren durch was immer Seitenanzahl also oft sind die Rückseiten spannender als die Vorderseiten von Original Caroline also ich kann mich ja noch wie gesagt du hast es erwähnt an diese Auktion letztes Jahr erinnern mit der Kamera wo ich also Schwierigkeiten hatte auf dem Stuhl sitzen zu bleiben es fing ja auch eher etwas zäh an und man dachte naja mal schauen was macht eine Auktion so spannend ja eben genau das dass es immer etwas Unerwartetes hat also ich finde jede Auktion ist für sich etwas Besonderes sie sind auch immer anders es gibt die Möglichkeit ein Schnäppchen zu erwerben aber manchmal gibt es auch Höchstpreise also unerwartete Höchstpreise ich kann mich auch erinnern also wir hatten auch spannende Ergebnisse wie dieses berühmte Bild von dem VJ Day was jeder kennt also Alfred Eisenstedt hier am Times Square der Matrose der die Krankenschwester küsst es hatte einen Startpreis von 8.000 und ging dann mit zwei Bietern auf 48.000 also das sehen wir immer sehr genau sehr aufregende Erlebnisse bei einer Auktion ja und das ist wirklich wenn man da drin sitzt denkt man oh mein Gott das ist wirklich man vibriert und bibbert mit was da dann am Ende wirklich rauskommt und man weiß es eben nicht das ist das Spannende man fängt mit einem Preis an und weiß überhaupt nicht wo der endet genau ja richtig Johannes du hast schon ein bisschen darauf geantwortet ich frage jetzt nochmal ganz konkret es gibt sozusagen den klassischen traditionellen Fotomarkt und die zeitgenossische Fotomarkt die wie du ja auch sagtest eher ein bisschen spekulativ ist wo man nicht so genau weiß bis auf manche Namen auf was lässt man sich ein aber nochmal wie kann da jetzt auch ein Sammler der eben jetzt noch nicht dieses Wissen hat mit diesen zwei Welten umgehen wenn er beides will naja es ist heute relativ leicht wir leben in einer Informationsgesellschaft über das Internet kann man alles mögliche es gibt Schnäppchen wie es die Caroline angesprochen hat heute fast nicht mehr weil jeder ich sage jetzt alt war ein Dandler als Wienerisch also Antiquität wie sagt man also jeder der Wohnungen ausräumt was immer wenn der wenn der was findet wo da Picasso draufsteht der hat den Namen noch nie gehört wenn da Menoy draufsteht oder Insel Adams gibt er den Namen ins Internet ein und findet sofort Millionenpreise also es ist nicht mehr mehr ganz so einfach mit den Schnäppchen aber natürlich leben wir Experten Expertinnen von unserem Wissen über die Dinge ja und man kann mit sehr viel viel Glück auch einen Schiele oder einen Klimt am Flohmarkt finden die Chance ist relativ gering aber es gibt sie natürlich es gibt auch immer wieder Meldungen über Funde auf Flohmärkten oder auf Garage Sale wie man in Amerika sagt oder wie immer jetzt habe ich schon wieder die Frage vergessen es gibt den traditionellen und den eher modern spekulativen Markt und wie kann sich ein beginnender Sammler so irgendwie da auskennen zwischen diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Welten ja natürlich auch natürlich durchs Internet und durch Aktionskataloge durch Auktionen wobei meiner Meinung nach gibt es zwei völlig unterschiedliche Sammlerstrukturen die einen sind die die klassische moderne Sammeln und die Zeitgenossen sind eher in dem Kunstmarkt verhaftet in den letzten 20 30 Jahren hat fast jede Künstlerin jeder Künstler auch Fotoarbeiten gemacht ich denke jetzt nur von Österreich aus an Anulf Reiner oder Eva Schlegel oder an andere Erwin Wurm das heißt Fotografie hat in den letzten 20 ich glaube fast schon 30 Jahren auch so eine in Deutschland durch die Becher Schüler Gurski Strut Ruf und auch die Frauen die dann dabei sind aber das funktioniert anders und über die Größe meiner Meinung nach ist ein Gurski als 8x10 Inch Sprint hat dieselbe Qualität nur der Kunsthandel sagt wenn das ganze 2m Mette ist und in Eichenrahmen können wir Millionen Dollar verlangen Ja es ist ja auch spannend ich habe das bei dem Galeristen Ropatsch das ist einer der Global Player ich glaube der hat jetzt fünf Galerien weltweit dass der natürlich am Anfang nur Bildende und Malerei ausgestellt hat und jetzt aber auch ordentlich mit im Fotomarkt mitmischt und auch wirklich nur auf Fotoschanghai zum Beispiel war er auch als Contemporary Galeries der dann aber wirklich nur auch Fotografie ausstellt und da sind dann eben solche Künstler wie Erwin Wurm Erwin Wurm war auch dabei Ja aber nicht in der Fotografie würde ich sagen aber das ist nur persönlich Er hat begonnen mit diesen Minutes Cultures das ist ja das was ich gemeint habe dass viele Künstlerinnen auch Fotografie zugreifen und Fotografie verwenden in Österreich haben wir das klassische Beispiel der Aktionisten wo teilweise wie beim Schwarzkogler die Aktionen nur für den Fotografen entstehen Nietzsche Bruce haben immer vor Publikum gearbeitet aber Schwarzkogler hat seine Aktionen nur für den Fotografen inszeniert also dieses fast angewandte Bereich der Fotografie ähnlich wie es bei den Magazinen und Zeitschriften Fotografen ist und irgendwann wird es zur Kunst ich kann mich erinnern Helmut Newton hat mir ein paar Mal besucht in Wien der hat sich Zeit seines Lebens gewundert warum das Kunst sein soll was er macht was meiner Meinung nach fast für ihn spricht weil sonst glaubt jeder Amateurfotografe ist ein großer Künstler und das Wort nur mehr das Städtelik muss man das MoMA auf ihn wird es aber nicht spielen also es geht darum Dinge zu machen mit einer Intensität das betrifft jetzt alle Fotografinnen Fotografen da wo dann eine Qualität rauskommt die einfach andere wahnsinnig interessiert und die sie spannend finden und ich meine du bist ja jetzt wirklich sehr sehr lange in diesem Business wie erkennt man Moden und Trends und was ist jetzt aus deiner Sicht momentan ein Trend oder eine Mode das sind ja ein bisschen unterschiedliche Dinge auf dem Fotomarkt naja Mode und Trends es gibt also die die wirklich bekannten Fotografen eigentlich seit Mitte des 19. Jahrhunderts ich sammle auch Bücher alte ich sammle alte Auktionskataloge ich habe die frühesten Auktionskataloge von Ende der 60er Anfang 70er Jahre von Sardew bis Christis London die haben noch hektografierte Seiten die teuersten Bilder waren damals schon Gustav Legray die haben halt 500 Pfund gekostet das heute 500-600.000 Euro kostet also wenn man das über die Zeit der letzten der letzten jetzt 50 Jahre 55 Jahre vergleicht gibt es ein leichtes Anwachsen eigentlich jedes Jahr wobei damals 500 und heute 500.000 aber wenn man es über die 60 Jahre her nimmt wahrscheinlich hat man mit manchen Aktien mehr verdient aber es geht nicht ums Verdienen ich habe es heute schon gesagt die Wertsteigerung ist ein positiver Nebenaspekt am besten das kaufen was einem gefällt dort wo man halbwegs sein Vertrauen findet sprich bei einer Auktion oder bei Kunsthändlern also die jetzt mit Fotografie arbeiten dann kann eigentlich kaum was passieren ich garantiere jeden seit jetzt über 40 Jahren dass er das Bild nächsten Tag zurückbringt oder in ein Jahr oder in fünf Jahren ich habe inzwischen inzwischen sind Sammler Sammlern auch gestorben die in den 80er Jahren was gekauft haben und wenn die Erben dann zu mir kommen wundern sie sich dass sie dasselbe Geld kriegen das ist jetzt fast ein Geheimnis ich schreibe immer meine Preise auf die Bilder und wenn damals 5000 Schilling drauf gestanden ist und ich gebe dem 500 Euro dann glauben mir das die Leute oft gar nicht wenn man es gewohnt man kauft was geht aus dem Geschäft raus und das ist nur mehr die Hälfte wert wenn man Mehrwertsteuer und die Spanne abzieht bei Kunst wie bei vielen Kulturartikeln auch bei Immobilien was immer gibt es eben diese natürliche Wertsteigerung ohne jetzt in das Spekulationswesen zu verfallen diese Art Flipper die dann auf den auf den diversen wie heißt das Flughafen Lager ihre Kunst kaufen meistens im Millionenbereich um es dann ein Jahr später ums Doppelte zu verkaufen die gibt es bei Fotografie nicht zum Glück muss ich fast sagen ja also ich denke auch wenn das ist ja wie überall im Leben wenn man was mit Passion und Leidenschaft betreibt dann tritt das andere auch in den Hintergrund und man kann trotzdem ein Wissen darüber erlangen wie man eben vielleicht doch auch an wirkliche Werte kommt aber das erste Schritt ist einfach spricht mich das an und da sind wir jetzt ganz gespannt liebe Caroline was erwartet uns jetzt bei Modern Times also unser Publikum ist sicher ganz gespannt was was ist da alles in diesem Katalog drin ja also wir haben eine Auswahl getroffen von 100 Fotografien und es kommen auch sehr große Namen darin vor also Pioniere der Fotografie wie Imaging Cunningham wie Walker Evans Ansel Adams aber auch Pioniere der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wie zum Beispiel Ernst Haas William Eggleston Hermut Newton William Eggleston lebt immer noch William Eggleston lebt noch oder Gell der ist schon sehr alt ja wir haben auch Ikonen der Reportage Fotografie wie den berühmten Mark Ribous Anti-Vietnam Demo den Kappa den Falling Soldier zum Beispiel ganz bekannt auch der California Kiss von Elliot Erwitt genau ja und dann nicht zu vergessen auch Porträts und Prominentenfotografie ja also von Terry O'Neill Birdstern Milton Green zum Beispiel also es ist eine sehr breit gefächerte Auswahl und ich würde sagen es ist für jeden Sammler für jede Sammlerin eine Möglichkeit wirklich eine Fotografie von Qualität zu erwerben das tolle ist dass ich habe mich gerade beobachtet als du so ein paar Bilder gesagt hast das finde ich ja immer also mich fasziniert es jedes Mal dass ich zack ich hatte natürlich das Bild weil ich viele Bilder kenne die du erwähnt hast habe ich vor meinem inneren Auge und das ist natürlich jeder hat ja sein eigenes fotografisches Archiv sozusagen bei sich selber und kann dann in jedem Moment egal wo kann er auch dieses Bild eben wieder wachrufen in sich und das hat was sehr faszinierendes finde ich und da auch ein bisschen ich sage mal da sorgt ja auch ein bisschen Leica dafür dass man eben Verantwortung dafür nimmt dass man eben hilft den Menschen auch durch Ausstellungen durch die verschiedenen Galerien eben so ein schönes Archiv aufzubauen und das Spannende ist auch ein Bild bleibt meistens nur im Gedächtnis und da bin ich wieder bei dir wenn man eben eine Emotion damit hat wenn man etwas damit verbindet und dann bleibt es im Gedächtnis und deswegen fange man bitte an zu sammeln genau aus diesem Grund und gerade Leica das sage ich jetzt nicht nur weil wir da bei Leica stehen und die Auktionen bei Leicis hat immer eine ganz starke Bindung auch zur Fotografie und zur Fotokunst gehabt die eben in erster Linie die angewandte Bereich war für Zeitschriften warum hat es jetzt geklingelt? Also wir haben noch nicht die Zeit zu Ende also ich dachte gerade ups also natürlich haben das andere Kamerahersteller auch versucht aber gerade Leica durch die durch die Erfindung der Kleinbildkamera mit Oskar Barnack schon vor dem Ersten Weltkrieg und dann die Produktion glaube ich 1925 begonnen das heißt dieses rausgehen dieses mit Menschen zu arbeiten das draußen zu arbeiten das zeichnet eigentlich wirklich Leica aus und wenn man wenn man sich auch die Geschichte anschaut der Zwischenkriegszeit es gibt dieses berühmte Foto von Cartier Bresson wir haben es glaube ich diesmal nicht in der Auktion von Pfützenspringer wenn man sich vorstellt dass die Filme damals sechs Aser empfindlich waren und die kürzeste Belichtungszeit glaube ich ein 125 war dann ist es fast nicht vorstellbar wie die gearbeitet haben also diese systemimmanente auch visuelle Qualität von Fotografie entsteht für mich natürlich auch durch diesen Druck durch die durch die tausenden von Zeitschriften jeder wollte auch dort publizieren und wie gesagt da spielt Leica nebenbei auch die Rolle Flex aber mehr noch Leica weil die Rolle Flex war obwohl ich sie auch gehabt habe und gearbeitet habe damit die ist viel eine die ist eher eine Studiokamera wo man Mode wo man Porträts es gibt relativ wenig Modeabnahmen mit Leica aus der Zwischenkriegszeit das kommt erst später dann in den in den 50er 60er Jahren ja jetzt sind wir natürlich gespannt auf die Lose die ihr auch vorbereitet habt vielleicht wer von euch Johannes fängst du an die ersten Verlückte sind das jetzt alle weil ich im Moment dann nix ach so dann bist du dran oder na ich glaube die ersten drei das ist unser genau wir können schon zu wir sind bei Harold Edgerton nein wir sind schon bei einmal Jane Cunningham nein wir sehen aber ach so jetzt jetzt stimmt die Reihenfolge jetzt stimmt die Reihenfolge also immer Jane Cunningham eine amerikanische Fotografin eine der wenigen Frauen die auch schon in der Zwischenkriegszeit gearbeitet hat mit Fotografie porträtiert den Alfred Stieglitz für die die den nicht kennen eine ganz wichtige Figur in der amerikanischen Kunst er hatte eine Galerie schon ab 1898 war der erste der Picasso Brancusi die ganzen französischen Künstler ausgestellt hat war selber Fotograf und hat auch Fotografie gleichwertig mit Kunst in seiner Galerie gezeigt im Hintergrund sehen wir ein Bild seiner damaligen Frau Georgia O'Keeffe danke Georgia O'Keeffe das heute ich glaube die ist momentan die teuerste Künstlerin der Welt das haben wir um 130 Millionen verkauft worden nicht dieses Bild sondern ein anderes einer Blume also für mich kommen in diesem Bild drei wichtige Figuren zusammen die Immersion Cunningham der Alfred Stieglitz und eben im Hintergrund die Georgia O'Keeffe dazu muss man sagen dass es ein Originalabzug ist aus 1934 von ihr selbst montiert auf der Rückseite ist ihr Etikett drauf mit der Adresse und vorne ist es signiert und datiert mit Bleistift also Cunningham ich glaube 1934 also viel authentischer kann es eigentlich nicht sein und das ist eine der Bilder die wenn jetzt zwei oder drei Leute zusammenkommen auch auf 150 oder 200.000 Euro gehen kann ich sage es jetzt so ich würde es selber gern haben und ich fürchte ich kann mir es nicht leisten zu lang na na alles gut wunderbar wenn irgendjemand eine Frage hat vielleicht gleich stellen oder machen wir es nachher wir können schon weiter wir haben Walker Evans das nächste los genau richtig Walker Evans Penedicture Display Walker Evans war einer der Fotografen die für die FSA gearbeitet haben die Farm Security Administration in den 30er Jahren das war die erste politische politische Sache die man mit Fotografie versucht hat durchzusetzen und zwar geht es im Mittelwesten um das Los oder das Elend der Farmen die alle zusperren mussten und dass man Gelder aus dem Kongress weil die Kongressleute sind natürlich an der Ostküste gesessen und denen hat wenig interessiert was da im Mittelwesten diese Millionen armen Farmer die ihr Land verlieren wie es denen geht hat man 12 oder 14 Fotografen Fotografinnen beauftragt dieses Elend der Farmer weiter zu fotografieren Walker Evans war einer davon das ist jetzt eine eher nebenbei entstandene Aufnahme eines Fotostudios ein ganz berühmtes Bild also eigentlich Bilder im Bild da könnte man jetzt wahrscheinlich philosophieren drüber und ein Buch drüber schreiben oder wie immer aber es ist eine relativ bekannte Aufnahme in dem Fall kein Vintage-Abzug aus 1936 Entschuldigung sondern ein späterer Abzug weil die kompletten Negative der Farm Security Administration oder FSA sind in die Library of Congress übergegangen weil das ja eine Auftragsarbeit eine offizielle Auftragsarbeit des afrikanischen amerikanischen Staates war und der Harry Lahn einer der ersten Kunsthändler Fotografiehändler hatte den Nachlass nicht nur von Ansel Adams sondern auch von Edward Weston und man konnte damals in den 70er Jahren von den originalen negativen Prinz bestellen ich wollte vielleicht noch dazu sagen die Cunningham vorher waren 8x10 Inch Kontakt also die Negative waren damals relativ groß fast A4 Walker Evans hat mit 4x5 Inch also 9x12 Kameras gearbeitet das an sich schon eine sehr statische Arbeitsweise ist jetzt im Gegensatz zur Leica ich versuche das immer so zu erklären Ansel Adams geht mit der 8x10 Inch ins Yosemite Valley macht 10 Aufnahmen am Tag maximal und wer anderer mit einer kleinen Bild M4 M6 wie es damals gegeben hat belichtet 20 Filme und sucht dann die brauchbaren aus nicht die brauchbaren technisch sind alle perfekt aber auch von Inhalt her vielleicht das nächste genau vielleicht auch noch wichtig zu sagen genau wir haben Entschuldigung Entschuldigung es wollte eigentlich ich nachher sagen es gibt zu vielen also zu einigen Kameras gibt es dann auch Fotografien in dem Fall ist es die Kamera von Walker genau eine M2 Blackpaint es gibt auch noch eine 3C wir haben die Kameraauktion am Samstag also für alle die das jetzt noch nicht wissen einige Fotografien können gemeinsam mit einer Kamera dieses Wochenende ersteigert werden ich fürchte die Kamera wird da werden es steht jetzt hier kein Startpreis dabei aber spannend wie viel habt ihr wo das wirklich zusammenpasst Print und Fotorapparat es gibt dann eh noch auch John Balmer also wir haben noch ein Beispiel hier sehr gut genau also dann vielleicht das nächste Los Ansel Adams wenn wir schon bei der 8x10 Kamera waren dann ja Ansel Adams also Ansel Adams einer der berühmtesten Landschaftsfotografen der auch versucht hat das Yosemite Valley und diese ganzen diese ganzen Sonderzonen die im 19. Jahrhundert entstanden sind Naturschutzgebiete jetzt fällt mir das richtige Wort ein wollte man eigentlich in der Zwischenkriegszeit wieder auflassen wenn man gesagt hat was brauchen wir das wie man in Wien sagt also zu was brauchen wir das und die Aufnahme die Landschaftsabnahme die sehr heroischen Landschaftsabnahmen von Ansel Adams haben dann auch dazu beigetragen nicht nur das ist schön und unglaublich ergreifend und pathetisch sind auch dann zu sagen okay wir brauchen unsere Naturschutzgebiete Ansel Adams wir haben schon gesagt Großformat auch mit 10 Inch teilweise noch größer 11 by 14 Inch hat auch zwei Bücher nur über die handwerkliche Technik geschrieben eines heißt das Negativ das Arbeit das Positiv das sehr viele Fotografen der 1970er 80er Jahre ich zähle mich auch dazu gelesen haben und versucht haben wirklich diese hervorragende Qualität vom Prinz herzustellen halt tut man sich ein bisschen leichter über den Computer wobei ich sage immer wenn wer in der Dunkelkammer war und ordentliche Prinz gemacht hat dann tut er sich am Computer auch leichter wir haben hier den Mount Williams Williamson sorry in der Sierra Nevada in Kalifornien also sehr heroische es ist auch immer so eine leicht rückwärtsgewandte Fotografie man wird bei ihm kaum Telefondrähte sehen keine Hochspannungsmasten oder solche Dinge es geht rein um die Landschaft wobei gerade da muss ich jetzt dazu sagen man muss auch Fotografie wie Kunst generell immer in der Zeit sehen es kommen oft Leute zu mir und sagen sie wollen Gummidruck lernen dann sage ich ihr seid 150 Jahre später bis ihr mal so weit seid wie ein Alfred Stieglz oder ein Heinrich Kühn werdet ihr einmal 10 Jahre brauchen und dann seid es 160 Jahre später ich sage ihnen dann Spaß aber immer ihr könnt sie auch Höhlenmalerei machen dann seid ihr 50.000 Jahre zu spät dran also natürlich hat man Vorbilder als Fotograf als Fotografin nur irgendwann sollte man sich davon lösen weil meiner Meinung nach das tolle an Fotografie ist dass sie mit der Zeit arbeitet sie können mit der selben Haltung wie der Insel Adams des Yosemite Valley heute keine Ahnung in Essen wir sind da zwischen Gebirge wie heißt das Gegend da ich wieder vergessen der Daxl hat es mir erzählt der mich herbringt also egal ob man im Schwarzwald ist oder im Westerwald hast du glaube ich da die Gegend was ich damit sagen will ist sie können mit der selben Haltung heute fotografieren und die Bilder schauen anders aus sie dürfen nicht die Bilder suchen und finden weil den Mount Williamson werden sie nicht finden im Westerwald dazu sind glaube ich die Höhlen ein bisschen zu niedrig auch in Österreich wird man nicht finden obwohl die Berge höher sind oder in Bayern was ich damit sagen will ist die innere Haltung den Dingen gegenüber viele von Ihnen werden vielleicht den Aishen Ache kennen der um die Jahrhundertwende das damals schon alte Paris fotografiert hat und mit derselben Haltung können sie Castro Brauchsel fotografieren und das wird interessant sein es geht um die Bilder für sich zu machen aber im Monolog ist ich vielleicht noch kurz sagen das ist nämlich ein recht früher Abzug aus den frühen 50ern aber macht nichts weil ist vielleicht ein gutes Beispiel auch für das nächste los von Ernst Haas vielleicht kann man es kurz zeigen wir haben ja vorher schon gesprochen über die verschiedenen zeiten wann fotografie abgezogen wurde dieser Abzug von Ansel Adams ist wirklich früh das könnte fast ein vintage sein das merkt man am Karton die haben damals Display Kartons verwendet die auch Grafiker machen die haben zwar eine säurefreie Oberfläche vorne ist aber eigentlich noch ein Karton man sieht es am Print Fotografie altert im positiven Sinn es gibt ganz leichte Aussilberungen das hat jetzt nichts mit Beschädigungen zu tun also anhand dieser ganzen Sachen der Stempel spielt eine wichtige Rolle weil die Leute übersillen ja immer wieder und ja Entschuldigung das ist ein guter Vergleich auch zu dem nächsten wobei man kann sich auch vom Ansel Adams hier im Foyer überzeugen also der hängt an der Wand und auch von dieser Qualität des Abzugs also von dieser Handwerkskunst kann man fast so sagen ja hier haben wir Ernst Haas ein sehr denkwürdiges Bild von Albuquerque entlang der Route 66 die Leuchtreklamen zwischen den Fords nach einem Regenguss Ernst Haas war ja auch ein Pionier der Farbfotografie also ihm wurde als erster eigentlich eine reine Farbfotografie Ausstellung gewidmet im MoMA 1962 in New York genau die Aufnahme hier ist jetzt 1969 entstanden ja magst du vielleicht noch was zum Abzug sagen ja das ist ein Beispiel von einem späteren Abzug sogar ein Post Hummer Abzug der vom Estate Holder also vom Nachlassverwalter in dem Fall der Sohn Alexander Haas glaube ich in einer 100 Auflage gemacht wurde er wird sicher nicht so steigen wie jetzt der Originalabzug der Deiduance Förder oder was immer der in den 80er oder 90er Jahren gemacht wurde aber es ist die Möglichkeit natürlich relativ es ist immer relativ günstig weil auch 2000 Euro sind viel Geld Schätzpreis ja glaube ich und ja das ist der Unterschied also Sie werden wenn Sie sich das Bild jetzt kaufen um 2000 Euro und Sie glauben jetzt gehen Sie irgendwo zu einem Händler weil es ist irgendwo um 100.000 Euro verkauft worden der wird Ihnen sagen nein das ist ein späterer Abzug und so sind die Unterschiede relativ klar und deutlich zu sehen aber es ist passiert nicht so oft dass wir Post Hummerabzüge haben das nur nicht vielleicht das nächste Beispiel da haben wir auch eine Edition John Balmer lebt noch ist ein britischer Fotograf eben auch sehr bekannt für seine Farbfotografien er war einer der kreativsten Bildlieferanten für das Sunday Time Magazine das ist ab den 60er Jahren wöchentlich eben als Farbbeilage erschienen und ja auch von John Balmer haben wir eine Kamera am Samstag in der Kamera Auktion nämlich eine M3 Black Paint gemeinsam mit der Publikation von John Balmer der North also seine Reportagen über den Norden Englands Können zum Bild zurück bei dem Bild sieht man sehr schön auch die Zeit immer wenn Personen oder Kulturgüter wie Autos also Kauffahrzeuge im Bild sind kann man natürlich auch die Zeit annähernd zuordnen weil wenn jetzt die vier Kinder weg wären könnte das Foto gestern auch gemacht worden sein oder vor 100 Jahren das habe ich auch vorhin damit gemeint von dieser Realität von dieser scheinbaren Realität das die Fotografie bringt das ist natürlich scheinbar was zweidimensional ist aber es ist ein ganz gutes Beispiel ja schon wieder gut dann haben wir noch ein Beispiel mitgebracht nämlich Terry O'Neill man sieht hier Faye Dunaway liegend am Pool des Beverly Hills Hotels sie hat in der Vornacht den Oscar erhalten für diesen Film Network und Terry O'Neill wollte ein etwas anderes Bild zu einer Oscar-Preisträgerin zeigen nämlich fernab von diesen üblichen Pressefotos und das ist eben sogar seiner Meinung nach auch sehr gut gelungen weil diese Serie ist einer der besten wie er selbst gemeint hat die er je gemacht hat er war später auch verheiratet mit Faye Dunaway also vielleicht hat das irgendwie Auswirkungen gehabt aber ja es ist schon eine es hat einen eigenen Titel bekommen nämlich The Morning After ist jetzt auch ein späterer Abzug aber noch zu Lebzeiten des Künstlers 50er Auflage relativ klein für bekannte Fotografie und eben noch signiert es gibt inzwischen vom Therionil Postumel Abzüge 2x2 Meter die auch um 20 30.000 Pfund verkauft werden das hat dann eher mit diesem zeitgenössischen Nobel Gekomarkt zu tun und weniger mit einem Fotografiemarkt meiner Meinung nach also Therionil ist 2019 gestorben muss man dazu sagen also dieser Abzug ist noch signiert von ihm der hat natürlich von Rolling Stones also die ganzen 60er 70er Jahre fotografiert in London die teilweise alle die nicht mehr 20 sind so wie wir auch noch kennen Ja das waren jetzt ein paar Beispiele aus der Auktion die wir mitgebracht haben und sie können sich natürlich auch sehr gerne die Lose die hier draußen im Foyer hängen ansehen wir haben auch noch einige andere mitgebracht es ist ein Rundgang durch die Geschichte der Fotografie würde ich sagen also das ist ja auch das Spannende es geht ja nicht nur darum Fotografie zu kaufen sondern auch irgendwie ein Auge dafür zu bekommen und diesen so einen Rundgang auch ein bisschen vorbeiziehen zu lassen und wenn man sich die Bilder genau anschaut sieht man auch unterschiedliche Oberflächen unterschiedliche Strukturen also alles das was eigentlich das ausmacht über das wir jetzt reden Vintage später wie immer Baritabzüge Entschuldigung es gibt kaum Plastik gerade im Fotografiemarkt in der klassischen Moderne Kunststoffpapiere gibt es ja seit 1976 meines Wissens das heißt alles was vorher ist ist wirklich Baritpapier es ist haltbar es wird nicht kaputt es geht nicht zugrund es löst sich nicht auf ja schön doch so so haptisch und analog ja ganz ganz herzlichen Dank haben wir Fragen nein wunderbar dann darf ich Sie auffordern wenn Sie noch Fragen haben also so einen Experten hat man nicht jeden Tag hier wenn Sie Fragen haben gerne stellen auch gerne nachher vielleicht oder auch genau also wir sind nachher auch in der Ausstellung jederzeit gerne auch uns dort ansprechen ansonsten ganz herzlichen Dank fürs Kommen ich würde mich freuen Sie morgen auch alle wiederzusehen ja Johannes ich wollte noch sagen die Karoline die Karoline die Anna Zim die beide und ich sind gern bereit draußen zu den einzelnen Bildern was zu sagen ja wir drei gut genau jetzt darf ich mich auch ganz herzlich von den Online Teilnehmern verabschieden Dankeschön dass Sie dabei waren und ich hoffe Sie kann ich nicht sehen aber Sie kann ich sehen dass ich Sie morgen alle wiedersehe einen wunderschönen Abend und Dankeschön fürs Kommen Applaus Applaus Danke 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 K最後 G sini board wave ela waves Untertitelung des ZDF, 2020